Schauen wir mal, was uns erwartet. Kämpfe zwischen russischem und ukrainischem Militär in Grenzregion Kurs gehen weiter. In der russischen Region Kurs gehen die Kämpfe zwischen russischen und Streitkräften und ukrainischen Truppen weiter. Moskau macht geltend, mit Luftangriffen den Vormarsch der Ukrainer vorerst gestoppt zu haben. Nach ukrainischen Angaben brachte Russland Soldaten und schwere Waffen in Stellung und konnte Angriffe abwehren. Der russische Generalmajor Aladunov sagte, der Feind wisse, dass sein geplanter Blitzkrieg nicht funktioniert habe. Der Gouverneur von Kurs hatte gestern erklärt, die Ukraine kontrollierte 28 Siedlungen in der Region. Nach ukrainischen Angaben wurden über 1000 Quadratkilometer russischen Gebiets eingenommen. Überprüfen lassen sich diese Angaben beider Seiten nicht. Auch an anderer Stelle wird weiter gekämpft. Die ukrainischen Streitkräfte melden verstärkt russische Angriffe im Osten des Landes, im Oblast Donetsk. Dazu schreibt die Süddeutsche auch, schon jetzt ist der Krieg in der Ukraine eine Blamage für Putin. Seit gut einer Woche rücken ukrainische Truppen in der russischen Region Kursk vor. Der Experte für Sicherheitspolitik Fabian Hoffmann erklärt, was sie dort erreichen können. Die Süddeutsche fragt den Herr Hoffmann, sehen wir eine neue Phase des Krieges? Und er sagt, von einer kompletten neuen Phase zu sprechen wäre übertrieben. Wir können aber relativ sicher sein, dass es sich bei dem Vorstoß nicht nur um einen schnellen Angriff gehandelt hat, sondern dass die Ukrainer gekommen sind, um substanzielle Landgewinne zu erzielen und eventuell auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Weiterhin wird gefragt, geht es also primär darum, Territorium zu besetzen, so wie es Russland in der Ukraine vormacht, oder gibt es noch andere Ziele? Daraufhin sagt der Herr Hoffmann, Zitat, Es gibt militärische und politische Ziele. Zum einen ging es darum, Truppen möglichst effizient an einer anderen Stelle der Front einzusetzen. Die Ukraine hat sehr erfahrene und sehr gut ausgebildete Truppen von der Front von Donetsk und Dohans abgezogen und an eine neue Frontlinie in Russland verschoben, wo sie jetzt gegen völlig unerfahrene russische Truppen im Einsatz sind. Man hat einfach die Effizienz erhöht. Militärisch ergibt das Sinn. Zum anderen ist es auch eine Art Entlastungsangriff. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das gelungen ist. Aber in jedem Fall hat Russland bisher nicht geschafft, in Donetsk oder in Charkiv neue Offensiven zu fahren, obwohl die Ukraine Truppen von dort abgezogen hat und Russland hat zumindest angefangen, Reserven aus den Frontabschnitten abzuziehen und nach Kurs zu schicken. Ganz sicher kann man das aber aus heutiger Sicht noch nicht bewerten. Erfahrene Truppen, fragt die Süddeutsche Zeitung, ein feindliches Territorium zu schicken, ist hoch riskant. Sie müssen mit einer feindlichen Überzahl und Partisanangriffen rechnen, wissen nicht, wo Minfelder sind. Herr Hoffmann sagt, bisher sieht es so aus, als wäre es ein sehr kalkuliertes Risiko gewesen. Man hat sich den Frontabschnitt ganz bewusst ausgesucht. Russland soll geplant haben, in näherer Zukunft selbst über diesen Grenzabschnitt anzugreifen und deshalb die eigenen Minenfelder geräumt haben. Das hat für die Ukraine einen Raum geschaffen, den sie ausgenutzt hat. Auf lange Sicht sind diese paar tausend ukrainischen Soldaten natürlich in der Unterzahl. Kurzfristig haben sie es aber geschafft, lokal ein Kräfteungleichgewicht zu ihren Gunsten herzustellen. Russische Truppen sind erst in den vergangenen Tagen in größerer Zahl angekommen. Die Süddeutsche fragt, beginnen jetzt die Probleme für diese ukrainischen Truppen? Herr Hoffmann sagt, Zitat, nicht unbedingt. Letztlich war auch die Geografie ein Kriteritum für diesen Angriff an der Stelle. Wenn man schnell Truppen an diesen Frontabschnitt verlegen will, geht das nur über drei Straßen. Die können jetzt von einer relativ kleinen Anzahl ukrainischer Truppen blockiert und eventuell auch gehalten werden. Auch wenn Russland jetzt Großtruppen mobilisieren könnte, wäre es noch immer schwierig, sie an die Orte zu bringen, wo sie gebraucht werden. Dazu scheint Russland derzeit keine Luftüberlegenheit in der Region zu haben. Da wird es ohnehin schwierig. Es wird weiter gefragt, die Ukraine könnte also langfristig einen kleinen Teil von Russland besetzen. Was hat sie davon? Putin wird kaum ein paar Grenzdörfer gegen besetzte Gebiete in der Ukraine eintauschen. Er schreibt und sagt, militärisch geht es darum, die Initiative zurückzugewinnen und Druck auszuüben. Die ukrainischen Truppen müssen sich aber bald genau überlegen, wo sie Stellungen errichten wollen. Und sich eventuell auch ein Stück zurückzudienen, nachdem der Angriff kumuliert ist. Politisch ist der Angriff ein wichtiges Signal. Und das zeigt, die Ukraine ist in diesem Krieg ein Akteur und reagiert nicht nur auf Russland. Das hat die Moral ungemein erhöht. Auf russischer Seite ist es genau umgekehrt. Da wird nämlich jetzt klar, wenn man einen Angriffskrieg führt, kann niemand garantieren, dass der Feind nicht auch irgendwann auf das eigene Territorium vorstößt. Das ist eine Möglichkeit, die die Russen zu ignorieren versucht haben. Für Putin und seine Regime ist das nicht der Untergang. Für die Entscheidungsträger in Russland ist es aber ein Problem, weil es der eigenen Bevölkerung gegenüber Schwäche signalisiert. Die Süddeutsche fragt hier, nach dem Ukraine-Gipfel in der Schweiz laufen Bemühungen um eine Folgekonferenz unter Beteiligung Russlands. Geht es der Ukraine bei ihrem Vorstoß auch darum, sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen? Jetzt heißt es, darum geht es immer. Die Ukraine hat es jetzt geschafft. Man merkt aber auch auf ukrainischer wie auf russischer Seite, wie unglaublich teuer dieser Krieg ist. Ich bin mir sicher, wenn es einen Ausweg durch einen verhandelten Frieden geben sollte, dann sind theoretisch beide Seiten dafür offen. Das Problem ist, dass Russland auf seine Maximalforderung beharrt, bevor man überhaupt mit Verhandlungen anfangen kann. Solange das der Fall ist, ergibt es für die Ukraine und für den Westen keinen Sinn, mit Moskau in ernsthafte Verhandlungen zu treten. Da braucht es erst einen Ruck auf russischer Seite. Nachfrage ist, welchen Effekt hat denn der ukrainische Vorstoß auf die Diplomatie? Die Antwort ist, in den vergangenen Monaten kam vermehrt dieses Narrativ auf, dass man eine Verhandlungslösung suchen muss, die den aktuellen Frontverlauf respektiert. Da wurde jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn ein Abkommen, das die Frontlinien anerkennen würde, dass die Ukraine langfristig einen russischen Teil des Territoriums besetzt, das macht Friedensverhandlungen erstmal komplizierter. Wobei es wahrscheinlich ohnehin nicht zu einem solchen Abkommen gekommen wäre, weil es weder im Interesse der Ukraine noch in dem Russland ist. Das ist ein ziemlich interessantes Gespräch mit jemandem, der das nochmal anders oder zumindest differenzierter einschätzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine ziemlich wilde Entwicklung. Es gibt einige Berechnungen, die behaupten, dass die Ukraine in den letzten Tagen mehr russisches Gebiet eingenommen hat als Russland-ukrainisches im gesamten Krieg. Das ist ziemlich crazy. Das ist ziemlich, ziemlich crazy. Nichtsdestotrotz ist das alles noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist alles noch nicht fertig. Es wird ja hier auch schon angenommen, dass sich Sachen zurückziehen, dass sich das immer wieder verschiebt, dass sich die Grenze vor und zurück bewegt, dass die Truppenbewegungen aus Russland, dass sich das wieder verändern und so weiter und so fort. Ich finde übrigens auch sehr gut, dass hier mal klar gesagt wird, dass die Behauptung, dass es eine diplomatische Lösung gäbe mit jemandem, der keine diplomatische Lösung will, halt auch einfach eine irre Situation ist. Vladimir Putin ist nicht daran interessiert, irgendwas diplomatisch zu lösen, sondern der will halt einfach die Ukraine besetzen. Und das halt immer noch mit seinen totalitären Ideen. Wild, wild, wild. In Neubrandenburg. Unbekannte tauschen Regenbogenflagge gegen Hakenkreuzfahne aus. In Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern haben bislang unbekannte Täter am Bahnhofsvorplatz eine Regenbogenflagge abgenommen und durch eine Fahne mit dem Hakenkreuz ersetzt. Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen einem Passanten die Flagge mit dem verbotenen Symbol aufgefallen. Einsatzkräfte hätten die Flagge daraufhin abgenommen und sichergestellt. Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen wurden eingeleitet. Die Regenbogenflagge ist die Flagge der LGBTQI-Community, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer und Intersex und ein Symbol für Vielfalt, Toleranz und sexuelle Selbstbestimmung. Nach Angaben der Stadtverwaltung Neubrandenburg ist die Flagge am Bahnhofsvorplatz stets gehisst, neben den Flaggen der Stadt und der Hochschule. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Bereits im letzten Jahr war die Flagge kurz vor dem Christopher Street Day gestohlen und durch eine NS-Fahne ausgetauscht worden. Mecklenburg-Vorpommern Sozialministerin Stefanie Drese von der SPD hat den Vorfall damals entschieden als Diskriminierung und queerfeindlich verurteilt. Auch die jüngste Aktion werde als Angriff auf die Grundwerte der Bundesrepublik Deutschland gesehen und auf Schärfste verurteilt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Zitat Tja, was sollen die Leute in ihrer Verzweiflung nur tun, als Hakenkreuzfahnen zu hissen? I guess. Die armen, armen Leute wissen sich nicht zu helfen, in Ostdeutschland als eine Hakenkreuzfahne zu hissen. Wir sind nicht rechts, wir sind nur so getriggert von der Regenbogenflacke. Das regt uns so auf, diese Regenbogen. Ihr nehmt unsere Sorgen nicht ernst, deswegen ist hier jetzt eine Hakenkreuzfahne unser Symbol. Da wird wieder Skateboard mit dem Kopf gespielt, ey. Das ist wirklich so, keine Ahnung. Dann habe ich aus der Tagesschau einen interessanten Kontext, eine Zusammenfassung eines Gespräches, das am gestrigen Tag stattgefunden hat. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk haben bei ihrem Gespräch auf ehemals Twitter radikale und falsche Theorien verbreitet. Ein Experte nennt die Rückkehr von Donald Trump auf ehemals Twitter ein Zeichen der Schwäche. Donald Trump hat ein Interview mit dem Milliardär und Unternehmer Elon Musk auf dessen Social-Media-Plattform ehemals Twitter geführt. Dabei agiert Musk als Stichwortgeber für den 78-jährigen republikanischen US-Präsidentschaftskandidat und stimmte dessen Äußerungen zu. Trump nutzte das Gespräch für die Verbreitung seiner gewohnten Behauptungen. Viel Neues gab es da nicht. Zu einem wettete er wie üblich gegen seine demokratische Herausforderung Kamala Harris und schimpfte über Verfehlungen von US-Präsident Joe Biden. Außerdem stellt er falsche und irreführende Behauptungen auf. Eines seiner Lieblingsthemen auch diesmal, die Lage an der US-Mexikanischen Grenze und illegale Einwanderung. Binnen eines Monats kämen Millionen Menschen in den USA, behauptet Trump. Musk pflichtete ihm bei und sprach zudem von einer durch die irreguläre Zuwanderung verursachten Zombie-Apokalypse an der Grenze. Es sei für die USA nicht möglich, alle Menschen der Erde aufzunehmen. Trumps Zahlen sind deutlich übertrieben. Der US-Grenzschutz vermeldete zwischen Januar 2021 und 2024, also in drei Jahren, 7,1 Millionen Festnahmen wegen Grenzübertritten von Mexiko in die USA. Die Zahl bezieht sich jedoch nicht auf Menschen, sondern die Zahl der Festnahmen. Wird eine Person mehrfach wegen Grenzübertritten festgenommen, schlägt dies auch eine höhere Zahl zu Buche. In der Zeit der Pandemiebeschränkungen unternahmen viele Menschen mehrfach mehrere Versuche, in die USA zu gelangen. Zudem hat der US-Grenzschutz erklärt, er habe in 1,1 Millionen Fällen Migranten an den offiziellen Landübergängen an Grenzübertritten gehindert. Im Zeitraum zwischen Januar 2021 und Juni 2024. Im Rahmen eines Präsidialerlasses wurden zudem 500 Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela ins Land gelassen, wenn sie finanzielle Sponsoren hätten und über einen Flughafen einreisen. Den Rückzug von US-Präsident Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus bezeichnete Trump fälschlicherweise als Putsch. Der 81-jährige Biden hatte nach wochenlangen Debatten seinen Verzicht auf die Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im November erklärt. Mittlerweile wurde Harris als neue Präsidentschaftskandidaten der Demokraten nominiert. Noch von einem Putsch kann natürlich nicht die Rede sein. Zitat Die Aussage ist, wie so vieles, was Trump behauptet, Unsinn und Wahlkampfgetöse, sagt Politist-Wissenschaftlerin Gabrielle Abels. Sie ist Professorin an der Universität Tübingen. Bidens habe erklärt, nicht mehr kandidieren zu wollen und seine Stellvertreterin Harris habe sich die notwendigen legitimatorischen Absicherungen durch die parteiinternen Verfahren, die Delegierten, besichert. Zitat Aber auch das hat mit einem Putsch im Sinne einer legitimen Übernahme von Macht im Staate nun wirklich nichts zu tun. Hingegen sei der Versuch der Anhänger Trumps am 6. Januar 2021 die verfassungsgemäße Übergabe der Macht an eine neue Regierung zu verhindern. Von Trump auf Biden ein Putschversuch. Von unten durch die radikalisierte Anhängerschaft gewesen. Erläuterte Abels. Zitat Trump behauptete weiterhin, dass mit ihm als Präsidenten weder den russischen Überfall auf die Ukraine, noch die Attacken der Hamas auf Israel oder die hohe Inflation in den USA gegeben hätte. Zum Klimawandel sagte Trump, die größte Bedrohung ist nicht die globale Erwärmung, bei der der Meeresspiegel in den nächsten 400 Jahren um ein Achtel Zoll ansteigen wird. Ein Achtel Zoll sind etwa drei Millimeter. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Meeresspiegel deutlich schneller und wesentlicher ansteigt. Musk liest das alles unwidersprochen. Sein Live-Event kam zu einer schwierigen Zeit für Trump. Seit Biden aus dem Rennen für die Demokraten ausschied und Vizepräsident Harris dessen Platz einnahm, steht Trump in Umfragen unter Druck. Insbesondere in den wenigen Bundesstaaten, die in den vergangenen Jahren letztlich die Wahl entschieden hatten. Den sogenannten Swing States. Für Miro Dietrich, Geschäftsführer vom Center of Monitoring und Analyse und Strategie, ist es explizit ein Zeichen der Schwäche, dass Trump überhaupt wieder auf Twitter zurück ist. Zitat, er hat geschworen, dorthin nicht zurückzukehren und hatte eine eigene, finanziell sehr gescheiterte Social Media Company gegründet. Trump sehe, dass die Umfragezahlen nun auch in eine andere Richtung gehen. Er verliert sehr viel an Zustimmung. Deshalb ist er überhaupt nun auf der Plattform. Er hat über mehrere Stunden extrem langweilig gesprochen. Er hat auf jeden Fall nicht die Stärke vermittelt, die er sich so gewünscht hat, analysierte Dietrich. Musk selbst nutzte den Ablauf des Gesprächs zur Verbreitung seines Narrativs. Der mit groß angekündigten Livestream begann wegen technischer Probleme mit rund 45 Minuten Verspätung. Elon Musk behauptete, die Plattform sei Ziel eines massiven DDoS-Angriffs geworden. Bei solchen Angriffen werde Website mit großer Menge an Anfragen überschüttet, damit sie in die Knie gehen. Sicherlich. Du läst einen Präsidentschaftskandidaten ein, auf deiner Plattform mit dir zu sprechen. Und das sorgt natürlich dafür, dass eine DDoS-Attacke kommt. Oder, wie wir das nennen, dass Leute einschalten. Doch Fachleute bezweifeln diese Theorie, erklärte Dietrich von SEMAS. So habe das Tech-Magazin The Verge mit Mitarbeitern gesprochen von ehemals Twitter, die sagen, dass das kompletter Unsinn ist. Trump-Unterstützer hätten außerdem verbreitet, die CIA und das FBI würden dahinter stecken, sagte Dietrich. Alle anderen Funktionen von Twitter hätten aber weiterhin funktioniert. Die Erklärung eines DDoS-Angriffs sei dann doch eher zweifelhaft. Es ist eher dieser Opfermythos, in dem man sich sieht. Prinzipiell sehen wir bei Musk eine Radikalisierung durch seinen eigenen Algorithmus. Er äußert sich auf Twitter immer wieder rassistisch und antisemitisch. Er teilt Accounts, die den Holocaust leugnen und Erzählungen über einen angeblichen großen Austausch. Teilweise würden Juden dahinter stecken. So sei auch das Gespräch einzuordnen. Zitat Wir haben es mit einer radikalisierten Person zu tun, die mit einer anderen radikalisierten Person spricht. Beide haben eine sehr freie Beziehung zur Wahrheit. Beide arbeiten sehr viel mit Desinformation. Also für den Fall, dass ihr die Shitshow im besten Fall nicht verfolgt habt, hier der Artikel von der Tagesschau, der das Ganze etwas einordnet. Und naja, einordnet reicht. Und das war es für heute auch. Also mehr Nachrichten habe ich tatsächlich nicht. Gut, reicht ja auch. Reicht ja auch. Danke für die Aufmerksamkeit. Funktioniert金. Musik smellsأtaa wie KINDORF Hoffer. Funktioniertanno. Musik Was zum Funktioniertom. Musik